Schönen guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Abenteueres in Yu-Gi-Gi-Oh! Dwellings, Sir! Heute geht es um ein Bujin-Deck, welches aber die Utopia-Engine mit dem Skill Ordens des Chaos nutzt, um ordentlich Chaos zu stiften. Ha! Der war gut, oder? Und wenn ihr den ebenfalls feiert, den Spruch, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen und supporten. Also, es ist noch ungefähr ein Tag, für mich zumindest ein Tag, bis ich neuen Content in Sachen Rushdool aufnehmen kann. Yes! Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, nicht ganz. Ich muss wahrscheinlich noch ein Speeddool-Video aufnehmen. Aber gut, kommen wir nicht drumrum. Heute gibt es zumindest den neuen Charakter bereits, ähm, für Rushdool wohlgemerkt. Und, ähm, ja, danach gibt es neuen Content. Und ich kann einige Decks aktuell nicht vorstellen, beziehungsweise ich will sie nicht vorstellen, weil ich sie nicht in ihrer optimalen Variante aktuell spielen kann, aufgrund der Bandits. Das dauert noch ein bisschen, aber sobald es der Fall ist, werden wir uns dem Ganzen annehmen. Falls ihr ansonsten noch irgendwelche Listen habt, oder Deckvorschläge habt, die nicht irgendwie, ähm, von der Bandits gerade beeinflusst werden in Zukunft, schreibt sie in die Kommentare, dann kann ich sie vielleicht die nächsten Tage auch nochmal einbauen. Vielleicht sogar schon gleich morgen, wer weiß. Heute geht es halt, wie gesagt, um Bujin. Also Bujin haben wir jetzt, ähm, bei dem Bujin-Deck-Thema, äh, vor, gangene Woche, glaube ich, ähm, als der Support rausgekommen ist, rund um Torifune ausgiebig behandelt. Heute geht es darum, dass wir, ähm, uns das Deck, wie gesagt, nochmal mit Orden des Chaos und Utopia angucken wollen. Es gibt ein paar weitere Karten, die jetzt hier in diesem Deck gespielt werden, ähm, die wir jetzt in der letzten Variante beispielsweise noch nicht hatten. Einer davon ist Arasuda. Arasuda kann, falls ein Bujin-Monster von unserem Friedhof oder auch von unserer Spielfeldseite verbannt wird, sich selber von unserer Hand als Extender beschwören, was ein Vorteil ist. Und einmal pro Spielzug können wir während der Endphase eine Bujin-Karte von, ähm, falls in diesem Spielzug eine Bujin-Karte von unserem Deck unserer Hand hinzugefügt worden ist, ähm, solange wir diese offene Karte kontrollieren, eine Karte ziehen und dann eine abwerfen. Also ein bisschen cycle. Ist jetzt nicht so wirklich wichtig, aber kann hier und da mal ganz nice sein. Wichtiger finde ich Quilin tatsächlich. Quilin kann, falls wir ein Bujin-Monster kontrollieren und sich diese Karte in unserem Friedhof befindet. Eine offene Karte des Gegners, wir eben sich selber verbannen und diese offene Karte poppen, was halt ganz cool ist. Und wir haben auch nochmal Sinju, der während der Damage-Step eines beliebigen Spielers, falls ein Bujin-Monster von Typ Ungeheuer Krieger, wohlgemerkt Ungeheuer Krieger in dem Fall, äh, gegen einen Monster des Gegners kämpft, sich selber vom Friedhof verbannt und das Monster, das wir kontrollieren, erhält bis zum Ende der Damage-Step-Attack in Höhe der derzeitigen Attack des Monsters des Gegners, gegen das es kämpft. Der Kampfschaden wird halbiert, aber wir gewinnen in dem Fall, ähm, den Kampf, was auch hier und da mal ganz praktisch sein kann. Und wir kriegen diese One-Off-Karten eigentlich ganz gut in den Friedhof, mit Karten wie beispielsweise, äh, Mahitotsu in dem Fall. Und eine weitere neue Karte, die wir ebenfalls spielen, ist Hirume. Hirume ist ebenfalls ein Extender, kann von der Hand spezialbeschworen werden, ähm, indem wir ein Bujin-Monster von unserem Friedhof verbannen, was ganz cool ist. Und falls wir diese Karte auf diese Art, ähm, oder falls sie auf diese Art beschworen wurde und dann halt durch den Karteneffekt des Gegners zerstört wird und auf den Friedhof gelegt wird, können, ähm, wir eine Karte abwerfen und dann wird unser Gegner ebenfalls eine Handkarte haben. Das ist tatsächlich eigentlich ganz cool. Wobei ich glaube, das ist ein Zweiteffekt, der in dem Fall irrelevant ist. Viel wichtiger ist, dass er wie gesagt als Extender dient. Ja, sonst haben wir die Utopia-Engine, wie bereits erwähnt, mit V-Salamander. Wenn V-Salamander normal beschworen wird, können wir ein Utopia in unserem Friedhof wählen und den Specialen. Wir haben den Skill Orden des Chaos, was auch nochmal eine Erwähnung wert ist. Orden des Chaos sorgt nämlich dafür, dass wir, ähm, ein V-Salamander in unserer Hand vorzeigen können. Wir fügen dann unserer, äh, unserem Friedhof ein V-Utopia von außerhalb unseres Decks zu, was ganz cool ist. So dass dann halt, äh, hier, V-Salamanders-Effekt gleich live ist. Das ist auf jeden Fall ein ganz netter Vorteil. Und wir können bis zu zwei Karten, wohlgemerkt, bis zu zwei Karten von unserer Hand, äh, oder unserer Monsterzone und unser Deck zurücklegen. Und falls wir, äh, falls sich keine Monster auf unserer Spielfeldseite befinden, können wir in diesem Spielzug eine weitere Karte normal beschwören. Der Effekt ist tatsächlich ganz cool, um, ähm, um Backrow rumzuspielen. Ne, also wenn zum Beispiel jetzt unsere U-Gin-Engine in dem Fall scheitert, können wir halt einfach den Skill nutzen. Das fällt clear, wenn wir V-Salamander auf der Hand haben, um dann halt trotzdem mit V-Salamander nochmal irgendwas Krasses zu beschwören. Also, relativ viele Möglichkeiten, die wir mit dem Deck haben. Äh, viele Leute haben gesagt, dass das die, äh, beste U-Gin-Variante aktuell ist. Ich weiß nicht, ob ich dem Ganzen zustimmen kann. Wir werden das Ganze, äh, jetzt gleich sehen, denke ich. Deswegen probieren wir das Ganze doch mal aus. Ich hab auf jeden Fall Lust auf ein bisschen nices Gameplay jetzt noch, bevor der Balance-Pad schüttet. Und dann schauen wir mal. Ich könnte auch mal wieder ein Anfängervideo machen, ne? Für November. Hm, aber eigentlich sollte ich mit dem Anfängervideo auch nochmal warten, äh, bis jetzt das... Wobei, warten... Ja, ich mach ja normalerweise auch eins für Rush-Dool. Mach ich eins für Rush-Dool extern nochmal, wegen der Box? Ach, ich weiß es nicht. Fragen über Fragen. Auf jeden Fall, können wir erstmal starten mit Töng-Key. Und, äh, wir fügen unsere Hand einmal Torifune hinzu. Ja, dann würde ich an sich sagen... Wir müssen ja nicht irgendwie um Backrow oder so rumspielen, ne? Hm. Was ist es, worauf ich jetzt gerade Lust hab? Was ist es, worauf ich gerade Lust hab? Ich überlege gerade. Wenn das nämlich tatsächlich jetzt ein... Timelord-Deck ist... ...müsste ich unter Umständen... ...eher auf V-Salamander gehen, als Starter. Als auf die Bujin-Engine. Ich kann wohlgemerkt nicht beides machen, ne? Das ist, äh... ...ein klein wenig... ...Schade... ...Moment. Order of Chaos. Kriegen wir nämlich die Karte erstmal weg. Können wir nämlich Order of Chaos direkt nutzen. ...und auf Utopia... ...einen Utopia-V-Strahl-Leo zu machen. Let's go. Dann nutzen wir doch mal gleich seinen Effekt. ...schmeißen den ab. Wählen Tornado-Bringer aus. Dann würde ich behaupten, das reicht, oder? Ah, Rotisum sagt, diese Karte hat nur uns so aus... ...kann sein... ...warten wir mal ab. Ich weiß gar nicht, ob der zweite Effekt von V-Salamander... ...irgendwann überhaupt zum Greifen kommt. Mach wohl, ich bin so an diese Karten ein... ...und kann ich nur noch mal wählen, dass du überhaupt noch mal wüsst, was geht. Achso, ich muss Utopia-Strahl-V damit auswählen. Ja, es ist ganz nebenbei ein Timelord-Deck. Also jetzt gerade hätte ich tatsächlich gerne mal gegen Jubel gespielt. Ja. Und eventuell nicht gegen Timelord. Timelord ist schon übel nervig. Timelord ist schon übel nervig. Verbotener Kelch. Ähm, okay. Auf V-Salamander. Ey, ich kann halt nicht getargetet werden, ne? Ist halt der Vorteil gerade. Ähm. Hm, möchte ich nicht. Sorry, Metaion. Wenn die... Annulliere seine Effekte. Oh, die sind jetzt dauerhaft negiert, ne? Oh ja, die sind dauerhaft negiert. Das heißt, der kann jetzt auch zerstört werden, beziehungsweise kriegt Schaden. Das ist natürlich big. Dann können wir erstmal jetzt Torifone droppen. Das ist so ein niceer Counter in dem Fall. Schon ziemlich geil. So, hohle Maschine. Okay. Du hohle Birne! So, jetzt droppen wir Torifone. Für Torifones Effekt. So, unendliche Maschine wird aktiviert. Das heißt also, die hohle Maschine wird gedroppt. Unendliche Maschine ist live. Seine in deinem Friedhof wählen. Mische es ins Deck. Dann kann es eine nötliche Sicht direkt noch in deinem Werk. Okay. So, wie war das jetzt mit denen? Die Karte kann nicht durch Kartenffekt eines Games zerstört werden. Kein Spieler kann Herr der Zeitmonster, die durch Kontrolle ist, als die für Kartenffekte wählen. Oder Herr der Zeitmonster vom Spielwillen ins Deck zu legen. Okay. Okay, das heißt, ich müsste, wenn es geht, jetzt schon gewinnen. Ich habe ja Kahn nicht, ne? Die Attack deines Monsters werden nur während der Schadensverrechnung doppelt. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich versuchen, in dieser Runde bereits zu gewinnen. Wir kamen dafür die Schildkröte. Und Mohitotsu. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Vanish him. Drop him. Ah, wait, wait, wait. Das macht nicht so viel Sinn. Zumindest noch nicht. Einmal, zweimal. Susano. Susano. Susano, Verzeihung. Perfekt, Susano. Meistlich auf den Friedhof. Äh, tsch. Meinetwegen. Iruko. Ganz ehrlich. Let's go. Ich greife jetzt hier einfach an. Kahn nicht und finish. GG. Puh. Ja, das war, das war gecheased. Ich glaube nämlich, wenn ich in dieser Runde nicht gewinne, könnte ich in der nächsten Runde halt verlieren, weil dann die großen Big Bobber Timelord Monster kommen. Aber Utopia Strahl wäre in dem Fall tatsächlich jetzt mal ganz gut. Ja, weil ich mir dadurch jetzt keine Gedanken um um diese Timelord Effekte machen musste. Das war in dem Fall tatsächlich mal ganz brauchbar. Ja, das war, das war nicht schlecht. Ich bin ja wirklich erstaunt, wie gut das jetzt gerade tatsächlich funktioniert hat. Wir hatten ja echt viele Optionen. Wir hatten Grave Protection. Wir hatten Quilin, mit dem wir auch noch einen Pop gehabt hätten. Ich glaube, ein Problem könnte Backrow sein. Wenn der Gegner drei Backrow setzt und dich halt bei deinem Setup stört, das könnte durchaus problematisch werden. Aber hoffen wir halt, dass es in der Regel nicht so weit kommt. Ja. Hoffen wir, wie gesagt, dass es normalerweise nicht so weit kommt. Wahres könnte Rocket sein. Und dann können wir jetzt mal den Härtetest gegen ein krasses Backrow Deck machen. Mit vielen Interruptionen. Ja, da können wir jetzt mal wirklich probieren, inwiefern das funktioniert. Und wir starten mit Eccentric. Das ist, das ist gut. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Torifone und V-Salamander. Das ist eigentlich mit die optimalste Hand, die ich haben kann. Hätte ich jetzt gesagt. Ich finde persönlich tatsächlich, mit Mahitotsu könnte ich mehr rausholen, denke ich. Und ja, du kannst einen dieser Effekte aktivieren. Also man kann nur einen Effekt aktivieren. es ist tatsächlich ein Rocket Deck. Hat der Gegner seinen Sucher? Sein Rocket Searcher? Und ansonsten wäre Susanne wohl hier ziemlich krass. Wir können gerade alle Gegner, die der Gegner kontrolliert, einmal angreifen. Mit denen könnten wir einmal das Board wipen. Aber müssten wir erst mal gucken. Das hätte ich super, super gerne ausgespielt. Warum gibt mein Gegner in dem Fall einfach auf? Das wollte ich ausspielen. Naja. Machst du nix. Vielleicht hatte der Gegner auch einfach keine Zeit gerade. Weiß ich nicht. Aber dann kann ja alles mögliche sein. Stellt euch mal vor, eure Mutter kommt jetzt ins Zimmer. Ihr wohnt zu Hause. Eure Mutter kommt ins Zimmer. Und will jetzt Staubsaugen. Ihr könnt euch wirklich nicht konzentrieren, weil ihr auch gut performen wollt, weil ihr gegen Reggie auf Duralink spielt, ja? Kann ich vorstellen, dass man aus Frust einfach mal auf den X-Button erdrückt, ja? Kann ich mir richtig, richtig, richtig gut vorstellen. Aber ja. Meine Musik wirst du in den Rang aufsteigen. Let's go! Let's go! Sinju Mahitotsu verbotene Lanze. Machen wir so. Machen wir so. Vor allen Dingen die verbotene Lanze, die hat es mir jetzt hier doch gerade einen kleinen Weng angetan. So. Dunkler magischer Kreis. Das ist ein Dark Magician Deck. So, wir haben die Lanze. Mit Lanze fühle ich mich gut. Mit Markus Lanze. So. Ja, doch, doch, doch. Mit Markus Lanze fühle ich mich sehr, sehr, sehr gut. So, da ist der Dark Magician. Okay. Hat der Gegner jetzt noch seine Beschwörungskarten? Das ist ja Oldschool Dark Magician, weil er ja nicht den Skill mit dem Stab spielt. Set 1. Set 2. Okay. Es ist Oldschool Dark Magician. Und den Dark Magician natürlich auf der Hand. ist es lustig. Oldschool Dark Magician. So, Bujin Arasuda. Okay. Ähm, wir haben jetzt ne Menge Möglichkeiten, was ich ziemlich cool finde. Erstmal starten wir mit Feuerformation Tanky. Und der Gegner droppt Magiernavigation. Okay. Aber so funktioniert das Ganze doch noch nicht, oder? Könnte sein, dass es doch so funktioniert. Dann nehme ich das natürlich zurück. Ah, ich glaube, das funktioniert so. Das heißt, er kriegt, oder ich kriege in dem Fall nicht den Bujin Search. Ah, doch. Ich kriege den Bujin Search. Ich wollte schon sagen, das funktioniert doch so mit Circle nicht. Ja. Jetzt kannst du was verbannen. Willst du meinen Tanky verbannen? Nein, will er nicht. Okay. Dann droppe ich jetzt. Was ist denn jetzt gerade aktivierbar? Warum ist man jetzt aktivierbar? Lege willst du zwei Karten von meiner Hand? Ah, falls ich keine Wunscher habe, dann kannst du in den Spielzug zusätzlich. Ja, das Blöde ist halt, dass V-Salamander wie gesagt nicht gesucht werden kann. Muss man halt random auf der Hand haben. Das ist ein bisschen schade. Aber wir haben ja jetzt super, super viele Möglichkeiten. Tatsächlich. Ich kann ja jetzt Torifuna einfach abschmeißen. Ich habe super viele Möglichkeiten. Ich kann jetzt auch einfach Otecan. Ich kann dieses Wort doch eigentlich super entspannt jetzt Otecan. Ich habe hier Ich habe die Möglichkeiten. Ja, Tatsache. Guck nochmal. Ich habe die Schildkröte. Den Kran search ich mir gleich. Und ich habe nochmal Mahitotsu. Wie war es bei dem jetzt? Lege ein Boojin von deiner Hand auf den Friedhof. Füge deiner Hand ein Boojin mit einem unterschieden jahren von deinem Friedhof hinzu. Bei deinem Boojin warst du von deinem Friedhof. Lege ein Boojin mit unterschieden jahren von deinem Deck auf den Friedhof. Gibt es da irgendein Boojin, was ich halt gerne im Grave hätte? Es gibt halt keinen. Vielleicht der Hase. Dann kann ich Turifune einmal verbannen. So, Banish. Um dann halt den Hasen in meinen Grave zu bekommen, das wäre noch ganz cool. Dann brauche ich die Lanze nicht mal zwingendermaßen. Jetzt kann ich den Effekt von hier direkt unchainen, sodass Arasuda jetzt gespecialt wird. Boah, Leute, das ist mega geil. Wirklich mega, mega, mega geil. Den Pop brauche ich ja nicht gerade. Ich habe hier genug Schutz. Ich habe Lanze, ich habe genug Schutz. Ja, ich habe genug Schutz. Da haben wir so Sanobo. Einmal, zweimal. Ja, wartet. Ah, warte, warte, ich habe jetzt die falschen Karten ausgewählt. Ah. Ich habe die falschen Karten ausgewählt. Aber, ist egal. Ich kann ja Mahitutsu immer noch specialen. Wenn ich jetzt gerade ein riesiges Board aufbauen. Hehe. He. He. Na, guck mal, ich kann Susanobo jetzt rappen. Effekt von deaktivieren. Und ich hole mir den Kranich. Äh, du kannst nicht gerade nur während der Schadensberechnung zum... Ah, okay, es wird nur während der Schadensberechnung zum Doppelten. Aber ist ja wurscht. Oder ist es wurscht? Das ist nicht wurscht. Es ist eben nicht wurscht. gut. wobei ich ja auch noch Sinew habe. Ja, doch, 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 doch. Wir können ja auf jeden Fall mit Susanobo OTK haben. Gut, Leute, alles gut. Ja. Alles gut. Alles ist gut. Hippi toppi. Meinetwegen kann ich auch noch in Utopia gehen. Wie geil ist das denn? Dann habe ich auch noch die Utopia Place. Oh, das ist ja mega nice. Das ist ja mega nice. Ich kann jetzt einfach Rang steigern. Yo, what? What? Wie viele Möglichkeiten man einfach noch hat mit dieser Version. Guck mal, jetzt kann ich nochmal Rang steigern. Und zwar aus Utopia. Bam. Ich kriege da mein Utopia Leo. Da ist er. Bam. Rank up mit Sibarian Kraft. Nummer 39. Ching. 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 Ka ching. Hat so ein bisschen was von Optimus Prime oder irgendein Transformer. Mega geil. Er kann halt immer noch was aktivieren. Das ist irgendwie weird. Egal. Leotopia Strahl kann seinen Effekt ebenfalls nutzen. Wir schmeißen die Schildkröte ab. Das heißt, jetzt genießt unser Susanovo doch nochmal den Schutz. Das hätten wir eigentlich viel früher machen müssen. können wir einfach entspannt gewinnen, wenn wir wollen. Ich würde sagen, wir können hier einmal angreifen. Geheimnis der dunklen Magie. Okay. Ähm. Umso besser. Soll der Gegner halt machen. Das bringt ihm halt immer noch nichts. So viele Möglichkeiten, man. Er hat auch noch seine Dark Ah. Ich habe mich gerade gefragt, was kann der mein Gegner hier gerade noch machen. Jetzt hat es Klick gemacht. Apprentice Illusion Magician. Aber bringt ihm halt nichts. Brink ihm halt wirklich nichts. Genau. Utopia Strahl. Dann können wir die Angriffspunkte von dir halbieren. Und dann greifen wir hier an und finishen einfach. Hammer. Also wirklich. Richtig, richtig geil. Video war Plane. Dude. Bujin Utopia, Leute. Bujin Utopia. Also es war nicht 100% optimal gespielt. Ja. Ich hätte gerade was die Protection und so weiter angeht ein bisschen eher die Monster auf den Friedhof schmeißen können. aber ist doch ganz gut. Und auch nochmal zu zeigen, was dieses Deck eigentlich so alles kann. Und das darauf möchte ich auch nochmal hinaus, Leute. Ja, ich habe gestern oder vorgestern einen Kommentar bekommen. Ist jetzt nicht böse oder so? Keine Sorge. Also ich habe es nicht böse aufgefasst. Jemand hat gesagt, es wäre besser, wenn du Deck vorher nochmal ausgiebig spielst, weil du willst ja Leuten mit deinem Video dann auch helfen. Da habe ich mir gedacht, wann habe ich denn jemals gesagt, dass ich Leuten mit den Videos helfen? ich bin hier in erster Linie, weil ich einfach irgendwelche Decks präsentiere zu Unterhaltungszwecken tatsächlich. Ja, es ist wirklich in dem Fall lediglich Unterhaltung. Ja, ich bin kein Pro, ich will jetzt hier keinen Leuten irgendwelche Gameplay-Tipps geben, ja. Wo ich euch Tipps geben kann, ist tatsächlich wie man vielleicht seine Gems investiert und was gerade so ein Vorteil ist, etc. Also generell wie man vielleicht wirtschaftet in Duel Links, da sehe ich mich. Okay, das könnte was für mich alles andere. Juckt doch nicht. Also mich zumindest juckt es doch nicht. Ist nicht böse gemeint oder so, also ich habe das jetzt auch nicht böse aufgefasst oder so, aber ich bin hier kein Lehrkanal. Ja, hier bei mir bekommt ihr jetzt nicht irgendwelche insane Gameplays von irgendeinem Pro, deswegen sage ich ja immer. Es gibt ja diverse Decks und das sind dann meistens die Decks, wo man halt wie gesagt diese High-Skill-Cap hat. Wann habt ihr mich zuletzt Synchrons Ja, Synchrons sage ich schon Ähm, Christrons machen sehen. Ja, obwohl ich es schon tausendmal vorhatte, aber nicht gemacht habe. Wann habt ihr mich zuletzt Ähm, Metal Foes machen sehen? Obwohl ich es auch tausendmal vorhatte, aber nicht gemacht habe. Habe ich halt nicht. Ja, da fehlt mir halt tatsächlich auch einfach so ein bisschen die Zeit für. Ja, also die Zeit ist in dem Fall dann halt das Hauptproblem. Wenn ich da ein bisschen mehr Zeit hätte, würde ich selbstverständlich auch ein bisschen mehr Zeit rein investieren. Denn hier und da, wenn es geht, probiere ich tatsächlich trotzdem irgendwie da nochmal ein bisschen was rauszuholen. Aber es geht halt leider nicht immer. Und ich bitte das zu entschuldigen. Ja, geht halt nicht immer. Ich weiß, aber ja. Ich bin auf jeden Fall kein Lehrkanal. Das ist so das, was ich euch einfach nur sagen möchte. Ähm, so. Verbande Einbundung. Okay, pass auf. Wir können den zweiten Effekt von Mahitotsu nochmal nutzen. Wir verbanden Mahitotsu und ich kann... Ja, was will ich denn eigentlich im Grave haben? Gibt es irgendetwas, wo es Sinn macht würde, das im Grave zu haben? Also nicht, dass ich wüsste. Vielleicht Quiddin am ehesten noch. Na, weil ich wollte jetzt hier auf Abyss-Dweller gehen, weil das kriege ich noch irgendwie hin mit Turn 1. Ansonsten hab ich mit der Hand jetzt nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Ich hab ein Negate. Ich hab, äh, den Dweller. Kriegen eine 30... ne, 29 Karten sind's, Variant vom Gegner. Kessel des alten Mannes? Okay, ist das ein Stall-Deck? Oh, nee. Hör doch auf. Bitte kein Stall-Deck. Oh, es scheint ein Stall-Deck zu sein. Ja, scheint ein Stall-Deck zu sein. Uh... Ja, überlege ich jetzt. Also, wir haben unsere Erz-Norvettlerin Exzentrik. Das ist doch schon mal etwas. Ich kann die in den Effekt aktivieren und zumindest die Background-Karte loszuwerden. Äh, ich hab einen Bujin-Kran nicht. Wir pushen lethal. Das ist, äh, unser Hauptziel. Dann kann ich nochmal den Effekt von Dweller aktivieren. Der Wendte wohlgemerkt. Da fehlt mir die Wurzel. Da fehlt mir die Wurzel gerade beim Deck des Gegners. Was ist das? Das ist ein weirdes Stall-Deck. So, Dweller's-Effekte sind jetzt negiert. Das ist kacke. Dann gehe ich nach hier. Da gibt es 1000 Iphones, glaube ich, ne? Äh, das ist schon nicht schlecht. Das ist schon... Nicht schlecht. Vor allen Dingen, weil ich nicht so viele Removal-Optionen habe. Oh, DD Assailant. Okay. Ist hier der Plan? Was ist hier der Plan vom DD Assailant? Äh, okay. Ach, Leute. He doesn't know. Okay, das Deck muss ich mir aber jetzt auf jeden Fall einmal angucken, weil ich will jetzt gerade wissen, gegen was ich da überhaupt gespielt habe. Okay? Das interessiert mich gerade. Gegen was habe ich da jetzt zum Teufel nochmal gespielt? Das kann doch kein normales Deck gewesen sein. Das ist irgendeine dämonische, ja? Irgendein dämonischer Abkömmling ist das. Ja, das ist ein dämonischer Abkömmling. Ganz wildes Stalldeck-Attributmeister. Nenn ein Attribut, wenn du diese Karte aktivierst, wenn das ausgerüstete Monster ein Monster gegen diese... Alles klar, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals für zugucken. Heute mal gewinstreakt. Vier Siege in Folge mal wieder. Das sind immer die guten Videos, wo ich mich da recht fühlen muss. In dem Sinne, Dankeschön für zugucken. Cooles Deck, definitiv. Besser als die Straight-Variante, wie ich finde, weil man halt einen vernünftigen Turn 1 hat. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, Daumen nach oben da lasst und dann sehen wir uns morgen wieder. Wieder schon reingehen und macht's gut und ciao. Euer Rago. Bayonada.